Hi Leute, seid gesegnet im Namen des Herrn Jesus Christus, unseres einzigen Herrn und Erlösers und wahren Gottes, der für uns sein Leben am Kreuz geopfert hat, damit unsere Schuld gesühnt und unsere Sünden vergeben werden können und damit wir vor dem ewigen Tod gerettet werden können. Es gibt keine Errettung vor dem ewigen Tod außerhalb von Jesus Christus. Ihr müsst ihn als euren Herrn und Erlöser annehmen, um gerettet zu werden. Wenn ihr ihn annehmt, macht er euch ganz frei von den Ketten der Finsternis und der Bindung an die Sünde, an der ihr gebunden seid, solange ihr nicht euer Leben Jesus übergeben habt. Ihr könnt dann den Heiligen Geist empfangen, der euch in alle Wahrheit leitet. Die Bibel sagt, wir müssen wiedergeboren sein, um in das Reich Gottes eingehen zu können. Wiedergeboren ist genau das, Befreiung von dem Einfluss der Finsternis und der Bindung an die Sünde. Für die Christen unter euch, die zum ersten Mal etwas von Wiedergeburt hören, dies hat nichts mit Reinkarnation zu tun. Es gibt keine Reinkarnation. Diese Lehre ist nicht biblisch, sondern eine Täuschung Satans, der die Menschen in falsche Sicherheit wiegen will, damit sie glauben, sie hätten noch eine zweite Chance nach dem Tod, wenn dieses Leben nicht so gut gelaufen ist. Die Bibel sagt aber ganz eindeutig, dass wir nur einmal sterben und danach sofort das Gericht kommt. Hebräer 9, 27 Wer also bis dahin nicht Jesus als seinen Herrn und Erlöser angenommen hat, stirbt in seinen Sünden und geht verloren. Die Wiedergeburt ist also keine Reinkarnation, sondern ein Geschenk Gottes, um uns näher mit ihm zu verbinden und uns von der Bindung an die Sünde zu befreien. Es ist der Geist Gottes, der Heilige Geist, der dann in uns wohnt und uns in alle Wahrheit leitet. Die Befreiung von der Bindung an die Sünde ist ganz deutlich spürbar. Man hat dann nicht mehr das Bedürfnis, zum Beispiel zu rauchen oder zu trinken. Wenn ihr euer Leben Jesus übergeben habt, werden diese ganzen Begierden von euch genommen. Ihr fühlt dann eine enorme Erleichterung und Befreiung. Dies ist deutlich spürbar. Ich möchte außerdem nochmal allen Christen empfehlen, glaubt nicht einfach das, was ich euch hier zeige. Glaubt es gar nicht. Geht zu Jesus und fragt ihn, ob dies wahre Phänomene sind, die ich euch hier zeige und ob dies die Zeichen der Endzeit sind, die er uns schon vor 2000 Jahren vorausgesagt hat. Fragt ihn. Lasst euch vom Heiligen Geist in die Wahrheit leiten. Dies ist der richtige Weg, den Gott für uns vorgesehen hat. Glaubt nicht Menschen, sondern vertraut ganz auf den Herrn. Amen. So, also kommen wir jetzt zu den unglaublichen Vorgängen am Himmel, die ich euch zeigen möchte. Der Titel des Videos spricht ja von einer riesigen Sonneneruption und der deutlichen Sichtung eines Planeten in unserem Himmel, der dort, sagen wir mal, nicht hingehört. Diese Bilder werden euch die Schuhe ausziehen, denn nie zuvor wurden diese Vorgänge so deutlich am Himmel beobachtet. Ich kenne jedenfalls keine Bilder, die so deutlich einen fremden Planeten am Himmel zeigen. Und dieser Planet ist definitiv keine Linsenspiegelung der Kamera, wie ihr gleich selbst sehen könnt. Der Grund, dass wir ihn sehen können, beziehungsweise er wurde in China gesichtet, ist der, dass die Projektortechnologie, die sich vor der Sonne in Erdnähe befindet, offenbar nicht alles zu jeder Zeit verschleiern kann, sondern dass es Lücken gibt in dieser, sagen wir mal, Matrix, in dieser Projektion am Himmel, mit der sie die Sicht auf die Planeten in unserem Himmel verdecken. In den letzten zwei Monaten habe ich euch ja über die massiven Veränderungen berichtet, die derzeit in der Sonne vor sich gehen. Die Sonne ist manchmal schwach und dunkel. Manchmal sieht es so aus, als ob sie sich hinter einem bräunlichen Schleier befindet. Sie sieht die sich aus, obwohl der Himmel strahlend blau und wolkenlos ist. Die Helligkeit, das Tageslicht, kommt dann nicht von unserer echten Sonne, sondern allein von der künstlichen Sonne, die sich vor der echten Sonne befindet, um diese zu verstärken, damit die Verdunklung der Sonne auf der Erde nicht erkennbar wird. Ohne die künstliche Sonne gäbe es zu diesen Zeiten der Sonnenverdunklung kein Tageslicht auf der Erde. Die echte Sonne kann man nur sehen, wenn die künstliche Sonne abgedeckt wird. Die künstliche Sonne, also der Sonnensimulator, der vermutlich NASA, der direkt vor der realen Sonne positioniert ist und sich in Erdnähe befindet, ist im Vergleich zur echten Sonne sehr klein. Daher wird er vollständig von einem winzigen Mast oder einer Straßenlaterne oder sogar einem kleinen Schlüssel abgedeckt, wie wir hier sehen können. Die echte Sonne ist aber natürlich niemals so klein, dass sie von so einer winzigen Stange abgedeckt werden kann, wie wir in dem kleinen Bild hier zum Vergleich auch sehen können. Wenn ihr nicht wisst, wie sich die Sonne verändert und wie die künstliche Sonne funktioniert, empfehle ich euch, die anderen Videos anzuschauen, in denen ich über diese Phänomene ausführlich berichtet habe. Ihr findet die Links zu diesen Videos oben eingeblendet und in der Beschreibung unter dem Video. Wie wir wissen, wird die reale Sonne manchmal von großen Himmelskörpern und einem kosmischen Nebel verdeckt, sodass sich teilweise ausgedehnte Sonnenverdunklungen ergeben können, die wir aber nicht sehen können, da die Leuchtkraft der künstlichen Sonne die fehlende Helligkeit der echten Sonne ersetzt. Dies ist der Grund für die gelegentlichen Änderungen der Sonne, ihre Abnahme der Helligkeit, ihre bräunliche Verfärbung und, wie wir im letzten Video gesehen haben, die enormen Änderungen in der Größe der Sonne. Denn die Sonne schrumpft gelegentlich bis auf ein Zehntel ihrer tatsächlichen Größe oder sie verschwindet sogar vollständig. Ich blende euch auch zu diesem Phänomen den Videolink jetzt hier ein. Dies sind die deutlichen Zeichen der Endzeit, die in der Bibel für die Zeit kurz vor der Wiederkunft des Herrn, Jesus Christus, beschrieben werden. Daher sagte Jesus zu uns, seid wachsam und betet und erkennt die Zeichen der Zeit. Markus 13, 33 und Lukas 12, 56. Die Zeichen der Endzeit erscheinen am Himmel, wenn die Wiederkunft Christis unmittelbar bevorsteht. Jesus sagte, als ihn die Jünger nach den Zeichen seiner Rückkehr fragten, es werden Zeichen in der Sonne, im Mond und im Himmel sein und die Kräfte des Himmels werden erschüttert werden. Lukas 21, 25 bis 26. Er sagte außerdem, dass die Sonne sich verdunkeln und der Mond seinen Schein verlieren wird. Matthäus 24, 25. Wie es auch von den Propheten Jesaja und Joel schon Jahrhunderte vorher prophezeit wurde. Ich berichte euch heute über ein weiteres unglaubliches Phänomen in der Sonne, das sich auch nicht natürlich erklären lässt. Nämlich einer massiven Sonneneruption, die man sogar mit bloßem Auge sehen könnte, wenn man mit bloßem Auge in die Sonne schauen könnte, was wir natürlich nicht können und auf keinen Fall tun sollten. Tut das also niemals, verwendet immer eine Kamera. Jedenfalls habe ich es ohne Zoom gefilmt und ich nehme an, dass dieses Phänomen noch nie mit einer Kamera aufgenommen wurde. Es ist eine Art Eruption, eine unglaublich große Sonneneruption. Schaut auf die obere rechte Seite der Sonne, ungefähr auf 2 Uhr. Ich habe nochmal ein Standbild dieses Vorgangs gemacht. Wir können sehen, wie groß das ist, das aus der Sonne herauskommt. Leider habe ich die Aufnahme genau in dem Moment gestoppt, als der Vorgang gerade begann. Das lag daran, dass ich das Phänomen während der Aufnahme aufgrund der Helligkeit der Sonne nicht richtig sehen konnte. Aber wir können auf der Aufnahme den Beginn dieser, ich nenne es mal Eruption, gut sehen. Und ich habe danach noch Bilder gemacht, in denen wir sehen können, wie sich das, was aus der Sonne herauskam, von der Sonne wegbewegt hat. Schaut auf die obere rechte Seite der Sonne. Könnt ihr dieses Ding sehen, das da aus der Sonne herauskommt? Es sieht aus wie eine riesige Fackel. Sie wurde riesig und löste sich dann von der Sonne und bewegte sich in nordöstlicher Richtung von ihr weg. Das ist einfach unglaublich, was wir hier sehen, nicht wahr? Eine riesige Fackel entbrennt aus der Sonne heraus. Dieses Ding ist immens groß, wenn man es allein mit der Größe der gesamten Sonne vergleicht. Schaut euch das an. Ich wiederhole das nochmal. Habt ihr sowas schon mal gesehen? Wir müssen jetzt auch ganz klar sagen, dies ist keine normale Sonneneruption. Denn Sonneneruptionen können wir nicht von der Erde aus ohne eine sehr große Vergrößerung, also mithilfe eines Teleskops erkennen. Und selbst dann sind sie schwer zu sehen. Dieses Ding hier ist aber so groß, dass man es ohne jegliche Vergrößerung ganz deutlich sehen kann. Es ist also definitiv keine normale Sonneneruption, sondern etwas anderes. Macht euch das ganz klar. Was wir hier sehen, ist nicht natürlich zu erklären. Es ist nichts Natürliches, sondern etwas Übernatürliches, vermutlich durch gefallene Engel hervorgerufen. Denn die Projektortechnologie, die auch die künstliche Sonne erzeugt, ist Fallen Angel Technologie. Dies sind die biblischen Zeichen der Endzeit, die Zeichen in der Sonne, die uns Jesus für die Zeit kurz vor seiner Rückkehr und dem Beginn des Zorngerichtes Gottes vorausgesagt hat. Ich kann vielleicht noch eins zu diesem unglaublichen Phänomen sagen. Diese Aufnahme ist vom 23. Juni 2019. Das war genau ein Tag, bevor diese große Gluthitze in Deutschland und auf der nördlichen Welt begonnen hat. Wir hatten gestern, dem 25. Juni 2019, Temperaturen von bis zu 40 Grad Celsius. Laut Wetteraufzeichnungen allzeit hoch Rekordtemperaturen für den Monat Juni. Letztes Jahr hatten wir bereits eine Hitze und Rekorddürre, nachdem es drei Monate lang im Sommer nahezu nicht geregnet hat. Es gab letztes Jahr riesige Ernteausfälle, nicht nur in Deutschland, sondern in ganz Europa und Amerika. Und dieses Jahr wird eine noch größere Hitze und Dürre als in 2018 vorausgesagt, was einen weiteren oder möglicherweise noch schwereren Ernteausfall bedeuten würde. Hier ein Artikel aus Ende Mai 2019, wo es heißt Hitzesommer 2019. Experten warnen vor Extremwetter. Wetter in 2019 soll laut Experten noch heißer als in 2018 werden. Die Horrorprognose kommt vom privaten US-amerikanischen Wetterdienst Eco Weather und spricht von Temperaturen von bis zu 40 Grad. Der Wetterdienst sagt Hitzewellen voraus, die sich von Portugal und Spanien bis nach Polen und Ungarn erstrecken werden. Im Juni soll die Hitzewelle sich langsam aufbauen. Genau das haben wir in dieser Woche ab dem 24. Juni bereits erlebt. Die Hitze hat sich aufgebaut mit Temperaturen von bis zu 40 Grad. Sie wollen uns grillen, austrocknen. Machen wir uns nichts vor. Dies sind die Geburtswehen, die kurz vor dem Ende der Welt stattfinden und von denen die Bibel spricht. So hat schon der Prophet Jesaja vorausgesagt, sie werden bestürzt sein. Krämpfe und Wehen packen sie. Wie eine Gebärende winden sie sich. Einer starrt den anderen an. Ihre Gesichter glühen wie Flammen. Aber all das ist erst der Anfang der Wehen, wie Jesus es sagte in Matthäus 24,8. Denn wir wissen ja, dass die ganze Schöpfung mitseufzt und mit in Wehen liegt bis jetzt. In 1. Thessalonicher 5,3 lesen wir für das Ende der Welt, wenn sie von Frieden und Sicherheit reden, dann kommt das Verderben plötzlich über sie, wie die Wehen über die Schwangere. Und sie können nicht entfliehen. Und sie sprechen von Frieden und Sicherheit, wie zum Beispiel auf dem Peace and Security Summit im Februar dieses Jahres in Warschau. Wobei es um den Frieden in Nahost, also insbesondere Israel ging. Sie wollen eine dauerhafte Friedenslösung für Israel erreichen. Lasst euch nicht täuschen. Es geht alles um Israel. Dort ist die Hauptbühne für die Endzeitereignisse. Schaut also auf Israel. Man will das von Gott verheißene Land, das Gott seinem Volk gegeben hat, teilen, entgegen den Geboten Gottes. Denn Gott hat das ganze Land seinem Volk Israel gegeben. Also man will eine Zwei-Staaten-Lösung herbeiführen, um des Friedenswillens. Aber das wird natürlich nicht zum Frieden führen, sondern nur zu verstärkten Anstrengungen der Islamisten, den Rest des Staates Israels auch noch zu beseitigen. Denn wenn Satan es gelänge, das Volk Gottes zu vernichten, würde er Gott als Lügner hinstellen können, weil Gott die Errettung seines Volkes verheißen hat. Denn so spricht der Herr der Herrscharen, in Zachariah 8, 7-8 und 13. Siehe, ich werde mein Volk retten aus dem Land des Aufgangs und aus dem Land des Untergangs der Sonne. Und ich werde sie zurückbringen, und sie werden mitten in Jerusalem wohnen. Und sie werden mein Volk, und ich werde ihr Gott sein, in Treue und in Gerechtigkeit. Denn der Herr schwor bei seiner rechten Hand und bei seinem gewaltigen Arm, Nie wieder gebe ich dein Korn deinen Feinden zur Nahrung. Fürwahr, es kommt dein Heil. Siehe, die er sich erworben, kommen mit ihm. Dann nennt man sie heiliges Volk und erlöste des Herrn. Gott wird sein Volk retten, und er wird Israel zum unverrückbaren Fels, zur uneinnehmbaren Festung für alle Angreifer machen. Freigemäß Zachariah 12, 3. Denn Satan wird in der Endphase der großen Trübsal nochmal viele Nationen versammeln zum Kampf gegen Israel. Das wird sein letzter Versuch sein, das Volk Gottes zu eliminieren. Aber Satan wird scheitern und für immer geschlagen werden, was er heute schon ist. Denn seine Niederlage ist für alle Zeiten besiegelt. Und es wird für alle Zeiten große Freude und Frieden in Israel sein. So kommen wir aber nochmal zurück zu den Zeichen am Himmel, in der Sonne und in den Sternen, die Jesus als Endzeitzeichen in Lukas 21, Vers 25 voraussagte. Ich möchte euch nämlich noch etwas zeigen, das euch umhauen wird. Und das ihr so deutlich, vermutlich noch nie gesehen habt, ein fremder Planet am Himmel, in Sonnennähe, ganz deutlich zu sehen. Diese Aufnahme stammt wohl aus China. Sie wurde jedenfalls auf einem chinesischen Kanal namens Tanggang hochgeladen. Ich blende euch den Link zu dem Originalvideo jetzt hier ein. Und ihr findet ihn in der Beschreibung unter dem Video. Was ihr hier seht, ist ein fremder Planet, der nicht an unserem Himmel sein dürfte. Es ist nicht der Mond, denn der ist nicht so nah bei der Sonne. Es ist auch definitiv keine Linsenspiegelung, denn wie ihr seht, ziehen Wolken über den Planeten hinweg. Wolken können sich aber niemals über einer Kameraspiegelung befinden. Was wir hier sehen, ist sozusagen das Versagen der Projektortechnologie der NASA, mit Hilfe derer die künstliche Sonne betrieben wird und die echte Sonne und der umliegende Raum am Himmel verdeckt werden soll, damit die großen Himmelskörper des fremden Planetensystems, das sich in unserem Himmel befindet und über das ich schon vorher in anderen Videos berichtet habe, von der Erde aus nicht sichtbar sind. Es gibt ja mittlerweile viel Bildmaterial, das große Planeten in unserem Himmel zeigt, wie wir auf YouTube sehen können. Aber so deutlich wie auf diesen Aufnahmen hier, habe ich das noch nie gesehen. Ihr könnt sehen, wie dieser große Himmelskörper, der sich hier oberhalb der Sonne befindet, hinter Wolken verschwindet und dann wieder auftaucht. Es ist vermutlich ein Planet, der von der Sonne angestrahlt wird und keine eigene Sonne. Aber das kann man nicht genau sagen. Es ist jedenfalls ein eindeutiger Beweis für die unglaublichen Vorgänge in unserem Himmel. Es sind die biblischen Zeichen der Endzeit, die wir hier sehen. Schaut es euch an. Für viele, die jetzt zum ersten Mal von fremden Planeten in unserem Himmel hören, muss das ein Schock sein. Aber was ihr hier seht, ist ein Beweis für die Existenz fremder und großer Himmelskörper in unserem Himmel. Und wir können bei genauerem Betrachten dieser Aufnahmen noch etwas erkennen. Etwas Schockierendes, aber gleichzeitig Entlarvendes. Es wird nämlich offenbar versucht, die ausgefallene Projektortechnologie, von der ich berichtet habe, zu reparieren. Schaut auf die schwarzen Objekte, die sich links und unterhalb der Sonne bewegen. Wenn ihr genau hinseht, dann könnt ihr erkennen, dass diese Objekte Flugbewegungen machen, etwa wie Fledermäuse. Man kann Flügel und so etwas wie einen Schwanz erkennen. Ich markiere euch diese Objekte einmal, damit ihr es besser identifizieren könnt. Was wir hier sehen, sind die Gefallenen. Fallen Angels, Dämonen, die versuchen, die Matrix zu reparieren. Also die Projektortechnologie, die offenbar beschädigt war, sodass die Sicht auf den großen Planeten an unserem Himmel frei war. Dämonen, Dämonen, Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020